hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute machen wir zusammen mein neues what i read next video im letzten monat hatte wedding date von julie soto gewonnen und wer meinen lesemonat bereits gesehen hat der wird auch jetzt wissen dass ich das buch gelesen habe dass ich quasi meine challenge erfüllt habe jetzt machen wir heute weiter mit den nächsten vier büchern ich habe mir wieder das oberthema new adult ausgesucht ich habe also quasi vier bücher ausgesucht die im bereich new adult befinden ich habe gerade ein buch auf meinen fingernagel fallen lassen und das tut jetzt gerade höllisch weh ich versuche mir nur nicht anmerken zu lassen ja ich würde auch einfach sagen wir starten mit dem ersten buch und das wäre never never von colin hoover und taryn fischer ich habe von taryn fischer noch gar nichts gelesen aber ich bin ein großer colin hoover fan und es klang sehr sehr vielversprechend ich habe das buch bestellt nachdem ich ein tick tock vom dtv verlag gesehen habe aktuell ist die tv verlag hier ein bisschen in ungnade gefallen mit der ganzen iron flame thematik oder mit der ganzen buchstitt thematik aber das hier hat damit ja gar nichts zu tun und irgendwie habe ich gerade noch mal total lust auf ein colin hoover buch nachdem die reihe rund um lily ryan und co mich ja anfang des jahres so begeistert hat und jetzt erzähle ich euch um was es hier geht charlie und seines beste freunde seit sie laufen können verliebt seit sie 14 sind als sie beide ohne erinnerung aufwachen müssen sie nicht nur ihr leben sortieren sondern auch ihre liebesbeziehung ist wirklich ein ganz ganz kurzer klappentext hier steht auch noch ein romantischer thriller der bestseller autorinnen colin hoover und taryn fischer also ich bin gespannt wie die beiden da zusammen gearbeitet haben lasst mich doch mal überraschen aber das hier wäre buch nummer eins das nächste buch habe ich euch glaube ich schon ein paar mal bei meinem what i read next in die kamera gehalten vielleicht gewinnt ist ja auch irgendwann mal damit ich es endlich lese wo mich persönlich zieht es momentan auch nicht dahin aber lasst euch von mir nicht beeinflussen wenn ihr sagt ich soll das buch lesen dann lese ich es natürlich auch wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt und zwar wäre das love receipts verführung aller cart das buch habe ich von malers papa zu meinem ersten muttertag bekommen als maler noch immer im bauch war da waren wir nämlich gerade shoppen wir haben eigentlich was anderes kaufen wollen und wie das dann eben so ist bin ich zufällig in die buchhandlung rein gestolpert ganz unglücklich ganz unglücklich leute ja hab da ein bisschen geguckt und war so in den regalen am schnusen und dann meinte er irgendwann zu mir ja ich soll mir einfach irgendein buch aussuchen das wäre dann für mutter tag gesagt getan dieses buch wurde es vielleicht hatte ich in dem moment auch gerade hunger i don't know ja und seitdem liegt es da ich hatte es sogar mit ins krankenhaus genommen um es dann dort zu lesen und ich lag ja eine weile im krankenhaus aber ich habe tatsächlich keine einzige seite gelesen weder in dem buch noch in dem anderen meine gedanken waren einfach irgendwo anders aber es wird jetzt mal langsam zeit das zu lesen ich meine das kind ist drei jahre so lange und dann liegt das buch schon hier ich will euch nicht die pistole auf die brust setzen just saying aber um was geht es ich erzähle es euch lily de luca würde alles für ihre familie und das restaurante de luca tun fast alles manchen dingen kann sie eben nicht widerstehen pasta chianti und jack kilroy als sie dem berühmten britischen fernsehkoch begegnet sprühen augenblicklich die funken zwischen ihnen und das obwohl jack in einer neuen kochshow als konkurrent gegen ihren vater antreten soll und obendrein sogar noch arrogant zu sein scheint als die boulevard presse stets vermuten ließ doch schnell merkt lily dass sie vielleicht voreilige schlüsse gezogen hat und jack ganz anders ist als sie immer dachte manchmal muss man etwas neues probieren und die geheimzutat für sein persönliches glück zu entdecken buch nummer zwei das nächste buch liegt auch schon etwas länger hier ich glaube wie hat es mir letztes jahr zum geburtstag geschenkt geburtstag ich weiß nicht ich glaube es war geburtstag auf jeden fall ist es kissing lessons von helen huang ich kann euch auch nicht sagen warum ich es noch nicht gelesen habe es ist jetzt nicht so dass es mich nicht anspricht ich finde es eigentlich sehr sehr unterhaltsam rein vom klappentext her aber irgendwie hat es sich bisher immer noch nicht ergeben ich habe ich glaube ich auch schon ein zweimal in meinem sub votings video gezeigt ja ich zeige es euch jetzt gerne noch ein drittes mal das hilft und jetzt natürlich auch um was es geht anfängerkurs in sachen liebe küssen sollte einfach sein jeder tut es ist nicht viel dabei aber stella kommt sich jedes mal vor wie ein hai dem gerade ein paar pilot fischchen die zähne reinigen und das ist nicht schön weder für sie noch für den mann sie hat die sache mit der liebe schon beinahe aufgegeben als asperger-autistin mag sie ohnehin nichts was ihre routine stört doch dann bringt ein dahingesagter satz sie ins grübeln übung macht den meister stimmt das braucht sie einfach mehr erfahrung und wenn ja wer bringt einem das küssen bei und mehr vermutlich ein profi ein escort wie michael fan auch wenn der eine ganz eigene vorstellung von ihrem unterricht buch nummer drei und last but not least kommen wir zu einem buch dass ich mal bei einer rebuy bestellung mit bestellt hatte ist aber schon sehr lange auf meinem wunschzettel lag julie johnson we don't talk anymore super super schönes buch aus dem hause lux die sind ja doch für ihre schönen schlichten cover bekannt ich liebe es ja warum ich es nicht gelesen habe das war so ein klassisches ich muss einen mindestbestellwert erreichen um kostenlosen versand zu bekommen oder damit der kostenlose versand code aktiviert wird und auch ja das hast du auf dem wunschzettel dann stellt halt einfach mal mit nicht weil ich gerade bock auf das buch hatte sondern einfach nur weil ich es mal irgendwann auf den wunschzettel gepackt habe und ja was man hat hat man haben es besser als brauchen und deshalb habe ich mit bestellt ja ich würde vielleicht demnächst mal den zweiten band kaufen damit ich das in einem rutsch lesen kann aber das ist mal wieder so ein klassischer anfänger fehler von mir wenn ich nicht weiß ob mir band 1 gefällt schon direkt den zweiten kaufen ungelesen könnt ihr mir gerne mal verraten ob ihr da auch so blöd seid ohne euch jetzt zu kritisieren aber ich denke bei mir dann auch immer bist du so dumm das zu tun jedes mal aufs neue wenn du band 1 noch nicht gelesen hast wenn du noch nichts von der autorin gelesen hast aber hauptsache du hast schon mal die 85 rei ge äh bändige reihe zu hause ja aber jetzt erzähle ich euch um was es hier im band 1 geht josephine valentine und archer rice sind seit ihrer kindheit unzertrennlich obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten zwar besuchen beide die elitäre exeter academy aber während josephine als tochter reicher eltern mit privilegien und erwartungen aufwächst muss archer für seine chancen und erfolge kämpfen doch als sie bemerken dass aus ihrer freundschaft liebe wird ändert sich alles zwischen ihnen aus angst ihre gefühle könnten nicht erwidert werden halten archer und josephine ihre neuen empfindungen verborgen so groß ist ihre sorge den einen menschen zu verlieren der sie vervollständigt und dann ist da noch ein dunkler schatten in archers umfeld von dem josephine nichts weiß und der all ihre geheimen träume und hoffnungen zerstören könnte buch nummer vier so wie immer machen wir an dieser stelle noch mal einen ratzfatz kurzen schnelldurchlauf buch nummer eins never never von colin huber buch nummer zwei buch nummer drei kissing lessons von helen huang und buch nummer vier judy johnson's we don't talk anymore jetzt liegt es an euch sucht euch was aus schreibt in die kommentare macht auch gerne bei instagram bei der abstimmung mit das machen eigentlich die meisten von euch beziehungsweise da kriege ich immer doch einige stimmen zusammen bei youtube seid ihr doch ein bisschen verhalten was das kommentieren dieses videos angeht aber das wird schon schaut einfach vorbei wo ihr abstimmen wollt ob ihr eure stimme zweimal vergeben wollt damit euer buch gewinnt ich stelle die instastory denke ich in den nächsten minuten wenn das video dann online ist auch online und dann könnt ihr loslegen ich packe euch die links zu irgendwie dann wie immer in die infobox und würde mich dann jetzt verabschieden ich hoffe ihr hattet spaß beim video ich hoffe ihr schaut auch beim nächsten mal wieder vorbei und bis dahin abzwein und bis bald